rumgerannt bist guck mal gleich auch noch mal nach den statistiken mitarbeitern polarexpress wo ist denn hier die andere bahn mit 100 und links worte schlangen ja gut ist auch egal hier geht es halt um nix hier ist ja egal ob leute irgendwo anstehen oder nicht wartezeit haben wir aktuell in der fahrbahn 22 minuten also hier hilfskraft 1 hat ordentlich 19 gegossene bäte 120 weg und 25 mülleimer es kraft 2 auch so in dem bereich es kraft drei jahren schon ein bisschen weniger ja das na gut bei jetzt sechs jahren 136 gefekte wege hat er sogar hier mal glaube ich den der bloß die blumen gießt oder kostene bäte 73 ist natürlich schade dass man die dass man das ja nicht so sieht eigentlich so bei den mechanikern haben wir hier 64 überprüft und 26 reparierte 63 und 20 erst wird sich alles in den bereichen abspielen die die natürlich schon etwas länger dabei sind haben sie auch längere anwesenheit das heißt bei den eltern so noch die letzten 28 besucher müssen jetzt endlich mal in den park kommen es können meine achter waren ob wir dazu kommen werden diese zu bauen das ist die große frage so speichern ist auch nicht die finale speicherung sein es kommt aber bloß aktuell keiner hier los wir müssen noch mal nur 30 besucher mal hier irgendwann mit einer busladung ankommen bitte schauen die alle ab sollen aber bitte alle da bleiben kann noch nicht sein leute bleibt da bitte das geht doch nicht und schon wieder ist die tausend zur folge park und fahrt defekt eigentlich noch die seilbahn nehmen und die gas bisher noch nicht die gäbe es noch und dann dieser hängende einspurbahn mit dieser coolen rundfahrt fahren ja ich verstehe hier 33 kotzungen oder hier 1 2 3 6 stück sich ja schon das geht nicht so ist jemand zuständig wenn ja dann macht er seine arbeit nicht dann stellen wir halt mal eben von den neueren hier ab da ja bitte einmal oder sogar eine bank kaputt hier sind mülleimer kaputt das noch so zum ende das muss glaube ich auch nicht sein zwei kaputte bänke sehe ich da und hier 1 2 3 5 20 180 erbrochene flecken das ist aber nicht schön wenn ich das mal so anmerken darf da muss bitte schleunigst was dagegen getan werden das ist ja da ordentlich aussieht ach ihr geht ja schon einmal rum ihr macht seine runde die hier unten bitte auch gleich noch noch mehr kaputtes kaputte bänke irgendwo jetzt regnet es gerade da sieht man natürlich wieder nicht so gut gedenkkaos dann wieder kaputt aber hier ist auch noch oh leute so kurz vor dem ende noch mal am randalieren finde ich jetzt aber nicht das ist eigentlich vollkommen inakzeptabel oh hier liegt auch schon wieder was rum vielleicht müssen wir doch noch mal ein paar leute einschneiden aber zu kurz vor dem ende will ich da eigentlich jetzt nicht noch mal irgendwie gucken scheinbar sagt mir dass das die andere achterbahnen weil manch andere attraktion zu extrem ist ich gehe es hier nochmal rum wegen äh zerstörten dekorationselementen ne das war es eigentlich anscheinend so wo jetzt noch so viel erbrochen ist hier das riesenrad gleich kaputt gegangen vor lauter schreck ein schienenachterbahn was ist denn das ach die na komm da stellen wir nochmal ein hier da geht auch das ding kaputt das karussell gerade wie ihr vielleicht gehört habt wo bleiben jetzt nur die letzten 30 besucher das geht hoch und das geht runter das ist doch einfach nur eh mensch es fehlen doch nur noch 30 erbarme dich doch mal spiel jetzt geht es wieder berg hoch auf 20 die noch fehlen das spiel das wird mich trollen glaube ich so wie ich das sehe so ein bisschen was anders kann ich mir das nicht erklären jetzt sind es auch noch 15 das ist auch noch voller Mülleimer den wir da auch noch wegräumen äh beziehungsweise leer machen so noch 13 jetzt geht es langsam in die richtige Richtung jetzt nicht nachlassen spiel so 11 10 immer noch 10 kommen 2 aber 5 neue kommen dafür das ist schon mal gut wenn dann wieder ein erbrochenes rumliegt und dort auch schon wieder im infostand auch noch das geht ja noch am wenigsten wie macht ihr das eigentlich bei rct gebt ihr euren mechanikern hilfskräften und auf sie an irgendwelche routen vor die die laufen müssen oder lasse die einfach frei laufen das sind auch noch 5 besucher schreibt das auch nochmal in die kommentare wie ihr das macht sind ja 2 abgehauen hier im skandal na gut es macht nicht so lange mehr Leute kommen als gehen ist das ja in ordnung so jetzt zeige ich ja nach oben so es kommen noch 3 das heißt noch 2 besucher hier haben wir schon Ewigkeiten äh 999 Parkbewertungen mindestens 2.500 besucher im Park das haben wir gleich Mensch wenn jetzt nochmal ein paar Leute kommen bitte da kommt wieder einer jetzt sehen wir noch die Leute hier Wahnsinn eine aufregende Attraktion kommt nochmal zum Ende vielleicht soll ich den Eingang versperren aber es geht dann auf die Parkwertungen das mögen die Leute überhaupt nicht ach wir könnten eigentlich oh jetzt kommen ja mal 3 Leute auf einmal ich habe noch ein paar Enddateile raus hier haben wir bloß 5 davon na gut jetzt so kurz vor Ende natürlich auch ein bisschen Schwachsinn aber so noch 4 so noch 2 ich speichere nochmal ab und dann und dann der hier ist es oder Angela N oh zum Glück nicht sondern der hier müsste es sein oh haben wir ihn verpasst so geschafft und jetzt müssen wir glaube ich irgendwie nochmal kurz warten und wir sind durch das war ein langatmiges Level Juli ist ja 6 so wir gehen direkt raus denn ich muss mir jetzt ein neues Level aussuchen ne wie war das hier Rainbow Valley das war das komische hier weiß ich nicht ob ich mir das aber glaube ich eher nicht Adrenaline Highs was ist ein Utopia Park oh das sieht spannend aus oh das ist ja klein was war denn Adrenaline Highs ich muss mir die nochmal angucken also vielleicht soll ich das vorhin machen bauen sie einen Park mit Nervenkitzeln oh das sieht okay das sieht interessant aus Thadam Sands Halt ich will nicht speichern okay so viel Platz und was war das Tiny Towers ja ok dann nehme ich als nächstes Adrenaline Highs und ihr könnt dann entscheiden zwischen also ich mache hier oben wieder so ein Umfrage Button rein wo wir die abstimmen können entweder Rainbow Rally die örtlichen Behörden bla 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 also hier ist nix mit Roten nix mit im Untergrund bauen bis an solchen Stellen hier 1000 Besucher Oktober Jahr 4 und eine Parkweilung von 600 dann haben wir noch Utopia Park eine Oase inmitten der Wüste ist sicher eine ungewöhnliche Herausforderung für Planer eines Vergnügungsparks mindestens 1400 Besucher und eine Parkweilung von 600 bis Oktober Jahr 3 oder aber Thadam Sands ein Park in der Wüste mit ein paar durchdachten Achterbahnen steht ihnen zur Verfügung und zu erweitern werden 2300 Besucher bis Oktober Jahr 4 und eine Parkweilung von 600 also ihr könnt diesmal sich nur zwei Wüstenleveln wählen in einem Level wo man keine Bäume roden kann wie gesagt hier oben kommt ein Button rein Stimmt ab Rainbow Rally Utopia Park oder Thadam Sands und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge mit Adrenalin Heiß an dieser Stelle finden wir uns zuschauen wenn es euch gefallen hat ihr wisst ja kostenlos abonnieren Glocke drücken um ja nichts zu verpassen Kommentar da lassen Daumen oben nach unten was weiß ich und ja bis zum nächsten Mal so schön bleibt friedlich macht's gut und tschüss das ist bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.